Hallo, ich bin der Christian Bergbauer, komme aus Grünau im Almdau und bin recht stolz der Besitzer dieser Delta Gnom. Diese Delta Gnom ist im Baujahr 1927 gebaut worden, hat 350 Kubikzentimeter mit einem englischen Jetmotor ausgestattet und ein Börmengetriebe. Ich habe das Motorrad in den späten 70er Jahren in Everding als Wrack und wirklichen Scheunen in einem Stall gefunden und heimgetragen. Es hat sich erst viel später herausgestellt, um was es sich tatsächlich handelt. Wir wussten nicht, dass es eine Delta Gnom ist. Unter wir meine ich meinen Vater und mich. Wir haben uns dann nach den damaligen Möglichkeiten das Motorrad so in Stand gesetzt, wie es heute ausschaut. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dort sind wir hingefahren, sind uns mit den damaligen Eigentümern schnell handelseins geworden und haben halt die Trümmer, muss ich sagen, und das verbleibende Motorrad, was da noch da war, heimgeführt. Und zu unserer großen Freude hat sich dann herausgestellt, dass dieser Delta Gnom ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.